Mach's geht, mach's geht, meine schwammigen Schwammköpfe. Hi, how are you? Heute teste ich für euch 8 krasse TikTok-Mythen-Tricks, wo ich selber nicht geglaubt hätte, dass sie funktionieren. Nein, wirklich Leute, ich hab's echt nicht geglaubt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du dem Like-Button einen fetten Kuss geben würdest. Abonnier den Kanal für mehr TikTok-Mythen und trag gerne meinen Creator-Code brexis-ytm-item-shop ein. Für Fortnite! Ach, ganz kurz, wenn die TikTok-Mythe funktioniert, kriegt sie von mir natürlich den Baba-Siegel. Okay Leute, ich hab's ein bisschen leiser gemacht, weil wegen Copyright, ihr wisst Bescheid. Was macht er hier? Warum hat er keine Reifen? Warum hat das Auto keine Reifen? So, was macht er da? Er sitzt als Beifahrer und... Was macht er denn jetzt da? Er holt seinen Kollegen wieder! LOL! Laber nicht, das kann nicht funktionieren. Ey, wenn das jetzt funktioniert, er holt ihn wieder. Hä? Das ist Fake, oder? Das müssen wir testen. Ein Ehrenmann von der Banana Gang hilft mir jetzt bei der ganzen Sache. Er muss genockt werden, perfekt. Oh mein Gott, wir sind in einer echten Runde. Ich schnapp mir jetzt dieses Lambo hier und hol ihn. Oh nein, hier ist ein Gegner. Ah! Ich hab mich nicht erschrocken. Hä? Ich hab doch keine Angst. Niemals. Genau. So Freunde, wir sind beim Bus... Oh, das ist ein Gegner. Nein. Warte mal, ich muss mich jetzt konzentrieren. Beifahrer? Nein. Ich komm mal wieder raus. Beifahrer? Hallo. Ey, willst du mich grad verarschen? Es geht nicht. Ey, ich muss mal... Ich probiere das Ganze mal woanders. Die machen mir hier viel zu viel Hackmack, Alter. So, wir machen das Ganze jetzt hier. Mit einem anderen Auto. Ich muss jetzt als... Ich muss mal richtig nah ran. Warte mal. So, jetzt klebe ich dran. So, jetzt als Beifahrer. Oh, Team Neustarten. Hä? Warte mal. Geht das? Nein. Nein, es geht nicht. Nein. Hallo. Nein, ich steige immer wieder aus. Oh nein, da kommt ein Gegner. Hat er mich gesehen? Bitte nicht. Nein, es geht nicht. Hör doch auf mein Auto zu schießen. Das sind locker die gleichen wie eben, ey. Okay, pass auf. Warte, warte, warte. Nicht schießen. Nicht schießen. Wir sind Freunde. Komm, wir sind Freunde fürs Leben. U steht für dich und mich. Scheiße. So, was macht er? Er geht mit dem Auto ganz nah an eine Metallwand. Und laber nicht. Er ist drin. Das müssen wir testen. So, Freunde. Metallwand. Ich muss ganz nah ran. Nee, es geht nicht. Ach, ich muss noch näher ran, bestimmt. Nein, nein, nein. Wir machen das richtig. Scheiße. So. Oha. Okay. Jetzt müssen wir das Ganze probieren. Beifahrer. Waffe in die Hand nehmen. Waffe in die Hand nehmen. So. Oh, ich bin drin. Oh mein Gott, Freunde. Der Trick ist echt OP. Wie krass ist das denn? Das ist sogar gut zu wissen. Wer von euch kannte diesen Trick? Ab in die Kommentare mit euch. Damit kriegt diese Mythe den ersten Babasiegel. Was macht der hier? Loungepad und klettern. Okay. Okay. Yo. Labernicht. Du kannst dann auch schießen. Guck dir das an. Er klettert und kann dann... Kriegt er falsch an? Das müssen wir jetzt direkt testen. So, Freunde. Ich habe ein Jumppad. Das muss jetzt beim ersten Mal funktionieren. Sonst bin ich am Arsch. So. Wir gehen noch ein bisschen höher. Machen jetzt die Schräge. Müssen jetzt davor stehen und gleichzeitig klettern. Nein. Wie? Das geht nicht. Habe ich was falsch gemacht? Okay. Ich probiere das jetzt noch einmal. Ich habe irgendwas falsch gemacht. So. Ich baue mich hoch. Ich mache die Schräge jetzt zur Hälfte. So. Dann muss ich ganz schnell klettern dabei. Okay. Warte. Ich probiere mal klettern. So. Gut. Das muss ich jetzt alles gleichzeitig machen. Okay. Ich kann es. Okay. Okay. Ich bin bereit, Freunde. Ich muss ein bisschen näher ran. Jetzt wird es klappen. Ich bin aufgeregt. Nein. Warte. Ich muss noch ein bisschen. So. Und ich traue mich nicht. Los. Oh. Es geht. Oh mein Gott. Es funktioniert. Ey. Das hätte ich nicht gedacht. Dann kann ich in der Luft Leute abknallen, Alter. Na das funktioniert hat, kriegt er natürlich auch den Babasiegel. So. Das sind jetzt zwei Tricks. Er hat Glühwürmchen in der Hand und... Krass. Der hat den mit den Glühwürmern einfach One-Hit gegeben. Okay. Schauen wir uns mal den nächsten Trick an. Wenn zwei Autos mit einer Armee gegeneinander fahren, können sie explodieren. Gut. Testen wir das Ganze mal. Mit den Glühwürmern zuerst. Da ist der Panzer. Jetzt kommt er zu mir und ich wirf. Jetzt. Er ist tot. Es funktioniert. Ey. Wie viele Mythen funktionieren heute? Ey. Wie krass ist das denn? Boah geil. So. Jetzt bin ich gespannt mit den Autos. Werden die Autos einfach explodieren? In drei, zwei, eins. Abfahrt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Oha. 85 HP hat das Auto noch. Aber es ist nicht explodiert. Vielleicht müssen wir das Auto ein bisschen pimpen. So. Jetzt haben wir einen Lamborghini genommen. Haben die Reifen gepimpt. Und Vollgas. Jetzt durchgeben. Let's go. Drück, 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 drück. Brr. Nichts. Gar nichts. 502 HP noch. Damit ging der erste Trick, aber der zweite nicht. Gar nichts. Da ein Trick nicht funktioniert hat, kriegt er nur einen Haldenbabasiegel. Okay. Was macht der hier? Er hat eine Harpune. Einer sitzt im Auto und... Nein. Er zieht ihn raus. Okay, Freunde. Das müssen wir sofort testen. Er hat ihn einfach mit der Harpune aus dem Bus rausgezogen. Ey. Das wusste ich gar nicht, dass das funktioniert. Wehe. Das klappt jetzt nicht. So, wir haben eine Harpune gefunden. Und im Bus sitzt einer von der Banana Gang. Fahr los, Bruder. Wow. Es geht. Oh mein Gott. Er ist aus dem Bus rausgezogen worden. Ey, wir müssen das nochmal probieren. Guck mal nochmal. Niemals. Ey, weil die Busse ja richtig OP sind. Jetzt aber nochmal, nochmal, nochmal. Man muss halt aimen können. Oh, ja. Aber es funktioniert. Ey, wie geil ist diese Mythe denn, Alter. Und noch ein Baba Siegel, Alter. Ich glaub's nicht gerade. Okay, das ist also ein Trick, wie man Shield kriegt, wenn man mit der Zone rotieren muss. Das ist auf dem LKW. Yo. Hä, das kann nicht sein. Damit testen wir das Ganze. Wenn das jetzt auch noch funktioniert, dann fresse ich den Besen nicht. Könnt ihr knicken, Alter. Aber das wäre krass. Das wäre, glaube ich, das erste Video, wo fast alle Mythen gehen. So, ich muss mich konzentrieren. Der ist da drunter. Jetzt muss ich das hier platzieren. Zack. Und dann aufeditieren. Oh mein Gott. Es geht. No way. Und es geht. Jetzt kriegen wir einfach die ganze Zeit Shield, während wir fahren. Im Stehen würde der einfach runterprallen. Wie krass ist das denn gerade? Diese Mythe kriegt von mir ein Baba-Baba-Siegel, Alter. So, was macht der jetzt hier? Das ist ein Trick im No-Game-Bold-Mode. Okay, er wirft ihn. Dann Shockwave mit ihm zusammen. Und oha. Wie weit kann er den werfen? Yo, das müssen wir testen. So, da ist schon mein Genockter. Die Shockwave-Granaten habe ich auch. Und let's go. So, ich muss mich konzentrieren. Drei, zwei, eins. Los geht's. Okay, wir haben den Effekt. Wirf. Nein. Es funktioniert nicht. Habe ich was falsch gemacht nochmal? Warte, warte, warte. Bevor ich jetzt was Falsches mache. So, dreh dich mal richtig um. Okay, warte mal. Nee. Okay, 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 okay. Jetzt mache ich es richtig. So. Ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Drei, zwei, eins. Go. Wirf. Nein, es geht nicht. Es funktioniert nicht. Haha. So, bei dem nächsten Trick pusht er in die Dings rein und einer läuft hinter ihm. Oh, er ist drin. Lol. Okay, krass. Lauf einfach hinter mir her. Komm, let's go. Nein. Ich muss nachladen. Nein. Warte, Abbruch. Abbruch. Wir müssen das nochmal machen. Jetzt. Drei, zwei, eins. Go. Es geht nicht. Okay, ich gebe nicht auf. Wir machen es nochmal. Einmal müssen wir es schaffen. Drei, zwei, eins. Los. Lauf. Ich bin drin. Es geht. Oh mein Gott. Dieser Trick ist auch heftig OP, Alter. Damit kriegt der letzte TikTok-Trick auch einen Babasiegel von mir. Und wenn du einen krassen TikTok-Trick kennst oder eine Mythe, die ich ausprobieren soll, dann schreib sie mir jetzt unten in die Kommentare oder folg mir auf Instagram und schreib mir dort. Hey, Green Spexels. Du bist mein Lieblings-Trick, super, bitte. Hey, ich kann es gerade nicht glauben, warte.